Die sensorgesteuerte Heckklappe. Sehr praktisch, wenn Sie mal keine Hand frei haben. Mit nur einer Fußbewegung öffnen oder schließen Sie Ihren Kofferraum, wenn Sie Ihren Autoschlüssel dabei haben. Auch sehr intelligent? Die Öffnungshöhe der Heckklappe kann individuell eingestellt werden. Die sensorgesteuerte Heckklappe von Opel. Immer einen Schritt voraus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017